Ich glaube, ihr macht euch alle nicht die richtige Vorstellung davon, wie rechtswidrig es bei deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichten und bei der Polizei zugeht. Und dass das keine Einzelfälle sind, von denen ich in meinen Videos berichte. Neu ist der Fall, heute vor einer Woche, Polizei Tirschenreuth. Ich erzähle euch ganz kurz, was passiert ist. Es geht ein anonymer Hinweis ein bei der Polizei. Dass eine sogenannte Kifferrunde stattfinden soll. Schwerstkriminalität quasi. Natürlich muss die Polizei dem nachgehen, sollte man meinen. Theoretisch muss die Polizei natürlich jeder Anzeige einer Straftat nachgehen. Aber die Voraussetzungen für anonyme Anzeigen, die sind schon etwas höher, auch laut der Rechtsprechung. Auf jeden Fall fährt die Polizei hin und sieht mal nach dem Rechten. Fährt hin und klingelt. Niemand öffnet. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann wäre die Sache damit für die Polizei erledigt. Weil die Polizei hätte dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie fahren unverrichteter Dinge weg oder sie beantragen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Weil in Deutschland Durchsuchungen immer noch laut Grundgesetz nur von einem Richter angeordnet werden können. Nur in Ausnahmefällen bei schweren Straftaten und bei Gefahr im Verzug darf die Polizei oder die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung anordnen. Was passiert in unserem Fall? Die Polizei ruft die Staatsanwaltschaft an, nicht den Ermittlungsrichter, die Staatsanwaltschaft. Um 18.45 Uhr und die Staatsanwaltschaft ordnet wegen Gefahr im Verzug eine Durchsuchung an. Weil ein anonymer Hinweis eingeht, dass da eine Kifferrunde stattfinden soll und niemand die Tür öffnet. Das reicht in Deutschland für eine Durchsuchung, die nicht von einem Richter angeordnet wurde. Faktisch. In der Theorie bedarf jede Durchsuchung der Anordnung eines Richters. Außer es ist Gefahr im Verzug gegeben. Und es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Das heißt, die Durchsuchung der Wohnung ist ein schwerer Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Und dieser schwere Eingriff, dem muss auch eine schwere Straftat, ein schwerer Tatverdacht gegenüberstehen. Was haben wir hier? Eine Kifferrunde. In drei Monaten legal. Und da wird tatsächlich durchsucht. Und dann werden dort in der Wohnung auch noch Personen angetroffen. Und dann komme ich ins Spiel, also nicht praktisch, sondern theoretisch. Wie wäre es denn, wenn die beteiligten Personen einfach meine Tipps beachten würden und die Aussage verweigern? Diesen Fehler haben nämlich die Personen, die dann in der Wohnung angetroffen wurden, gemacht. Die haben anscheinend eine Aussage getätigt. Und dann wurde nicht nur dort durchsucht, sondern auch bei denen zu Hause. Und alles in allem wurde dann sage und schreibe 15 Gramm Marihuana gefunden. 15 Gramm. Insgesamt. Bei allen Personen zusammengerechnet. Und da klopft sich jetzt die Polizei auf die Schulter und denkt sich, ja, das war jetzt wieder ein schwerer Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Oder wie? Das ist so, da kommt wieder mein, ja, mein Ekel ins Spiel vor dem Umgang mit Grundrechten und Menschenrechten in der deutschen Justiz, bei der deutschen Polizei und bei deutschen Gerichten, Staatsanwaltschaften. In welcher Welt kann eine Durchsuchung wegen eines anonymen Anrufs, dass eine Kifferrunde stattfinden soll, verhältnismäßig sein? In welcher Welt kann ein Staatsanwalt und können Polizisten davon ausgehen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, wegen Gefahr im Verzug eine Durchsuchung anzuordnen in einer Wohnung, weil dort angeblich gekifft werden soll? Wo kommen wir hin, wenn es Deutschland so einfach ist, eine Wohnung zu betreten ohne richterlichen Beschluss? Und man muss sich das Ganze mal vorstellen, der Bundesgerichtshof stellt nicht durch Zufall schwere und hohe Anforderungen an Durchsuchungen wegen anonymer Hinweise. Stellen wir uns das mal vor, wenn das jetzt Standard ist, dass die Polizei durchsucht, ohne richterlichen Beschluss, aufgrund eines anonymen Hinweise. Keine Ahnung, mein Chef nervt mich, mein Arbeitskollege, mein Mitschüler, meine Schwiegermutter, schnell anonymer bei Anruf bei der Polizei. Ja, da wird gekifft oder die hat im Supermarkt was geklaut oder mein Kuppel hat mich bedroht. Und anonym. Und das reicht für eine Durchsuchung. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Und das Allerschönste, sogar wenn ich jetzt sage, ja, ich bin ein unbescholtener Bürger und ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe nichts zu verbergen, bei mir können die ruhig durchsuchen, diese Kommentare kriege ich oft unter meinen Videos. Sogar du, der 0,0 zu befürchten hat, musst dir erstens Gedanken machen, sind wir in Deutschland auf einem richtigen Weg, wenn das geduldet wird, wenn diese Durchsuchung geduldet wird. Polizisten, Staatsanwälte, die solche Durchsuchungen anordnen, die gehören vor Gericht gestellt und nicht Personen, die 3 oder 5 Gramm Marihuana zu Hause haben. Und zweites Problem bei solchen Fällen, wir als unbescholtene Bürger zahlen das. Da sitzt um 18.45 Uhr ein Staatsanwalt, der sehr gut verdient und mehrere Polizisten, die weiß Gott Besseres zu tun hätten, als irgendwelche Wohnungen zu durchsuchen wegen anonymer Hinweise auf absolut minimalste Straftaten. Und das zahlen wir. Entweder ihr müsst euch mit Wichtigeren beschäftigen oder ihr seid überbezahlt und habt zu viel Personal. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Wenn Zeit bleibt, wegen solcher Kifferrunden zu durchsuchen, dann seid ihr einfach zu gut ausgestattet mit unserem Steuergeld. Wir als Bürger können uns das nicht gefallen lassen. Vor allen Dingen bei solchen Verfahren, da werden bei 3 Personen insgesamt 15 Gramm sichergestellt. In 3 Monaten sind die Verfahren erledigt, die müssen eingestellt werden. Das war's. Und dafür zahlen wir für diese Einsätze. Abgesehen davon, dass unbescholtene Bürger kriminalisiert werden, vielleicht ruiniert, vielleicht ihren Job, ihren Führerschein verlieren, aufgrund des anonymen Hinweises, wegen Lappalien, die in wenigen Monaten legal sind. Verz masturbate. Verz